Ich will heute wieder ein Prophet sein, wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Folge noch einmal in einer Welt nicht zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Volatilisierung erhoben und damit das nächste Judentum sein soll die Verpflichtung von der Rasse ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020